so Leute da bin ich wieder nach einer kurzen Unterbrechung ja mein Stream ist abgekackt warum keine Ahnung hier wird sich nicht gereitet easy ich steh nicht so sehr auf sowas tschüss drunter mit dir oder ich geh dich was für ein Arschloch muss man sein mir geht's gut und dir mein tag war gut und deiner roger 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 ja seid etwas leise ok äh ich spiele minecraft ok schon leist dir gut geht freut mich zack uff ja ich bekomme den niemand so leicht runter ok Leute chillt ein bisschen bitte ich muss gerade meinen äh nachgucken so ehre ehre ok haha gut wir sind heute seit ähm 10 Monaten zusammen seit heute oh jj tschüss von wo hat einer von uns seine freundin dickes f für dich ich gehe skywars eine schweige minute für den gefallenen dreh bitte ich hoffe jetzt immer noch 21 grad ok wie war die schule schule war sehr sehr schön ich diesmal überhaupt was hinbekommen habe nur goldrüstung sooo ey oder ne warte war noch krise manchmal laut und dann wieder leise das ist komisch ok wie viele stunden hattest du ich hatte heute nur sechs stunden zum glück weil er mich länger hätte ich es heute um ehrlich zu sein auch nicht ausgehalten ok ein tausender pink geht auch noch weiter warte 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 en in leise ist warte Greece in Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich weiß nicht er ist für die Stadt du willst mit mir spielen die und die Tochter ab zack jetzt wieder zurück jetzt wieder zurück 2 zuschauer habe ich ja ich meine Achso, das ich bin Leine wäre zu untertrieben gut, ich bin sonst immer alleine Aua Besser 2 als Nein Wir machen nix in der Toilette die Lehrer so hoch Digga Was? Was? So, mein Inventar Gön doch, gön doch, gön Ich möchte nicht in Okay Wait, what? Hüte, ja, okay, ich hab keinen Hut G1-Gaubel So, der Steck, Splitter, Splitter. Vielleicht aber zu Hause. Was? Wo? Nein, auch nicht. Was reden wir jetzt richtig? Findest du Minecraft oder Fortnite besser? Minecraft! Minecraft! Komm schon, Minecraft Community. Wir schaffen das Technoblade. Nee. Ich finde wirklich Minecraft besser. Bei mir sofort in Fortnite so... Team Minecraft bin ich. Ich bin und bleibe ich. Reset me, I am under the water. I'm stuck. Please help me. I am under the water. Okay, guten Morgen. Guckt mal bitte auf die... Und schickt ihn auf. Ach so. Nee, meine Freundin macht das nicht. Mach ich nicht. Machen wir nicht. Okay, das muss ich mir merken. 89 Justin, wieso nennst du mich auf Discord, Daddy? Wieso fessst du deine Schwester an? Ich bin gar nicht schockt. M. Einen Momentum. Ach so. 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 Ich will mich nicht. Digga. Lass mich doch in Ruhm, Mensch. Wird der? Hast du einen Traum? Nee. Hey, wo? Hey, ich wurde zweimal von... Ich bin einfach in den Backrooms. Nennt mich auf Discord-Daddy und rennt in Minecraft. Okay, meine Freundin hat jetzt volles Programm. Der Stream leckt etwas. Ja, ich weiß. Ich kann es aber leider nicht ändern. Leider. Noch eine Schweigeminute für meine Freundin. Danke. Okay, reicht jetzt. Ähm. Was hat meine Freundin? Meine Freundin, die hat sich erst mal den Mittelfinger... Also, Mittelfingerhaut abgerissen. Und Fuß ist eingeschlafen. Gut, ich bin nicht fertig. Ich bin und zwar nie. Ja, nein. Du bist nicht wirklich. Du bist nicht ¿ver latin? Ich bin nicht mehr. Du bist nicht irgendwo antik. Februar, du bist nichtépendig. Story and Mage to keep online. Warum trennen jetzt meine Augen? 21 Uhr gehe ich, weil ich müde bin. Okay, es sind ja noch 15 Minuten, Dave. Nein. Es kommt einfach die Nachricht, dass er schwanger ist. Wait, what? Nein, Spaß. Das ist gut. Und die 15 Minuten, die sind überlebenswichtig. Und jetzt ist auch noch der rechte Fuß eingeschlafen. Wie so gerade zu meiner... Äh, wait, what? Nein, sie ist nicht schwanger. Und außerdem, warum Glückwunsch, wir sind beide minderjährig, ne? Ich bin 13, sie ist 14. Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag. Und ehrlich zu dem, wir haben das auch noch nicht gemacht. Ich glaube, draußen regnet es im Moment. Bei mir regnet es. Hast du Shampoo für mich? Nee, jetzt probier... Oh. Oh. Oh, oh. You tell that little shit that a pound of grass a week and no job don't add up to achievement in my book. Ah, ich wasche mich nur mit Schlamm. Ah, wait, what? Ich wasche mich nur mit Schlamm. Moment. Es müsste was kommen. YouTube ist jetzt schon meine dritte YouTube-Seite. Da, seht ihr, Leute? Einfach meine dritte YouTube-Seite. Mmh. Mmh. So, Bruce? Ähm. Mmh. 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 Ähm, ja, Leute. Ähm. Ähm. Mmh. Ja, darauf pass' ich schon auf. Und wenn schon... Man kann nix Privates sehen von mir. Also vielleicht mal ein Fall auch. Äh, wait, what? Äh, wait, what? Ich... Und ich... Die virile... Willi... Was machst du für Gehörer? Oh. Keine Ahnung. Bruder, ich hoffe, der ist wieder gewittert. Ich so wieder... Ja. Was? Oh. Der Verlauf sollte man nicht... Ja. Mmh. 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 Secure Scarf. Runde mit mir. So. Ich glaube, wir müssen mal deinen Suchverlauf mal durchsuchen, ne? Du brauchst irgendwas, hm? Wenn du reinkommst, lass mich wissen. Ich bringe es dir. Was hast du dich denn? Hey, ja. Warum sollst du da was, äh, unvollständig, also, was hast du drüben sein? Da. Nur von heute, ne? Da. Und ja, ich hab die Eier dazu. Ja, okay, ganz müssen wir jetzt auch nicht, ne? Also, da ist ja nix verbotenes drin. Also, darf YouTube, äh, den auch nicht sperren? Und ja, ich hab die Eier dazu. Warum sollte da was Schlimmes drin sein? Krieger, komm her. Ehre, dass du es zeigst, ja? Guck, ich bin ein Mann und keine Memme. Okay, meine Freundin hat mir gerade ein Bild von sich selbst geschickt. Aber nicht das, was du denkst, ne? Das gibt ne Anzeige, ne? Euhm... Ausdübeläse. Ausdübeläse. hier kommt nur aus sieben aus wie hallo mülltonne tschüss mit vorne ich würde gerade sagen die kommt doch jetzt nur nicht ich bin was mörder m ich bin halt wie top-maßten ich muss mich jetzt konzentrieren der m ok ein gutes Bild bestimmt äh ne es ist nur ähm Gesicht zu sehen sonst nix ja G und wegfahren aber jetzt habe ich äh das ist nicht gut doch auch falsch abgebogen ihr könnt mich machen ah komm ich schaffe es vor der Polizei zu fliehen oder wer macht von euch allen Auge ne wer macht Auge okay okay sie kann es durchmachen ausmäh steuere hier mit den Füßen und nicht mit den Händen nix Ich geh doch auf! Ich! Dann halt! Mach ich halt so! So jetzt mach die noch auf! Everyone ready! Dann rum! Is he dead? Ah, shit! Nicht mit den Füßen fahren, doch! Vielen Dank, dir auch! Ich springe aus! Ich bin bereit! 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 Ich bin bereit!